Benny, seitdem wir wieder im Kader sind und dann eingewechselt worden, was war das für einen Moment dort? Ich glaube, der Puls ist schon mal ein bisschen aufgegangen, auch wenn ich schon 30 Jahre alt war. Aber ich hoffe, Justin geht das Ball wieder gut und ich bin froh, dass es so gut geklappt hat. Und du bist schon genau das Beispiel, wo man sagen kann, comeback stronger. Ja, man hat gut gearbeitet. Mein Stil war einfach, dass ich wieder ohne Beschwerden gut zurückkomme. Ich bin froh und glücklich, dass ich so viel Platz brachte an dieser Leistung. Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Ja, und danach ist es weitergelaufen. Ein Goal nach dem anderen. 2-0 gegen Thun. Das ist eine super Ausgangslage, oder? Ja, das ist wirklich eine super Ausgangslage. Wir freuen uns alle. Morgen schauen wir dann schon auf den Montag. Und dann bereiten wir uns wie immer vor, wie wir schon immer gemacht haben. Hauen nochmal alles raus. Und dann war es sicher eine geile Saison. Und die Chancen sind mega gut, dass wir wieder aufsteigen. Ja, die Chancen sind super, aber es ist einfach ein Spiel, kann wieder alles passieren. Und gerne auf das Ergebnis schauen. Einfach auf das, was wir konzentrieren, was wir machen können. Und dann kommt es gut. Mario, gratuliere. Erst den grossen Schritt gemacht mit dem 2-0 gegen Thun. Ja, aber wir sind uns bewusst, dass die erste Halbzeit ist. Es ist aber sicher so, dass wir lieber 2-0 führen in der Halbzeit als 2-0 hinten sind. Das gibt uns auch super Gefühle für einen Montag in Thun. Und jetzt möchte ich natürlich alles daran setzen, um den grossen Traum zu verwirklichen, den wir haben. Nach einer Weile ist Benni wieder im Kader gewesen und er ist dann tatsächlich auch zum Einsatz gekommen. Ja, das ist Fussball. So schnell geht es. Ich habe Benni vor zwei Tagen mitteilt, dass ich weiterhin für Justin setze, weil er einfach den Spielrhythmus hat. Und jetzt hat der Justin einen Cut gehabt und er musste ein Eier. Und dass Benni natürlich von 0 auf 100 gleich geht und so super funktioniert, spricht natürlich auch für seine Qualität. Dass er jeden Flankenball angepflückt. Das ist natürlich enorm wichtig, gegen so kopfballstarke Spieler, wie Thun hat. Und er wird dann auch eine riesige Waffe am Ende gewesen sein für uns. In der zweiten Halbzeit dann die Auswechslung. Der Nico ist reingekommen und ich glaube mit dem ersten Ballkontakt eine super Vorlage. Genau. Ja, das haben wir uns aber jetzt erhofft, dass wir dort eine gewisse Lufthoheit rüber konnten. Er hat den ersten Ball super verlängert. Dann haben wir natürlich profitiert. Der Sutter hat vom Sutter profitiert, vom Fehler. Und es war natürlich super für uns, dass wir dort mit dem 2-0 nachlegen konnten. Und es ist einfach so, dass wir uns jetzt sehr gut regenerieren wollen. Aber wir haben es nicht so auf dem Schirm gehabt, dass wir noch drei Wechselfenster haben. Obwohl man eigentlich immer denkt, wenn du die erste Halbzeit wechselst, hast du trotzdem noch drei Wechselfenster. Dem ist nicht so. Also wir haben nur drei Wechsel machen können. Und von dem her müssen wir uns jetzt sehr gut regenerieren. Und wir werden alles daraus setzen, dass wir eine schlagkräftige Truppe auf der Kunststraße in Thun haben. Kannst du noch etwas verraten, wie genau du jetzt mit der Mannschaft schaffst bis zum Mittag? Ja, da schaffst du eigentlich nicht mehr gross. Es geht eigentlich nur darum, das Spiel von heute nochmal zu analysieren. Wir werden sehr gut auslaufen, gut regenerieren. Sonntag gehen wir auf die Kunststraße auf Ruckel und versuchen uns daran zu gewöhnen, mit den Bällen, die sie dort spielen. Und dann geht es vor allem darum, dass wir die Bälle drauflegen auf dem heutigen Match, was wir besser machen können. Was wir weder gleich gut machen wollen, wenn wir so gut verteidigen wollen, hoffentlich wieder zu null spielen können. Und dann gibt es eine riesen feste Mendingarbeit. Manuel, gratulieren! 2-0 gegen Thun. Perfekte Ausgangslage, oder? Ja, das haben wir uns vorgenommen. Das war das Ziel, dass wir zu null spielen und vorne unsere Chancen nutzen. Das haben wir zum Glück gemacht. Es ist eine gute Ausgangslage, aber es sind noch schwere Nütze im Thun. Cooler Moment war schon die Einwechslung von Nico. Die Vorlage war, glaube ich, sein erster Ballkontakt. Und du machst gleich 2-0. Ja, es war extrem wichtig von Nico, dass er den Ball verlängert hat. Und ich habe versucht, den Verteidiger zu stören, dass er nicht zurückköpfen kann zum Goal. Und ja, zum Glück war ich vor dem Thunmann am Ball und haben es 2-0 gemacht. Und jetzt haben wir aber schon ganz gute Chancen, um wieder aufzusteigen. Ja, das stimmt. Ja, die Chancen sind da. Aber da müssen wir jetzt natürlich nichts am Montag. Da müssen wir nochmal so eine Leistung abrufen und dann kommt das sicher gut. Ja. 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 Vielen Dank.